Die Strabag AG ist einer der grössten Baukonzerne in Europa und beschäftigt rund 75'000 Mitarbeitende. 700 davon arbeiten in der Schweiz an rund 20 Standorten. Während auf den grösseren Baustellen meistens viele Mitarbeitende beschäftigt sind, gibt es ganz besonders in den Produktionsbetrieben auch Arbeitsplätze, die viele alleine arbeiten. Die Anzahl der Alleinarbeitenden bei der Strabag ist zwar überschaubar, aber das Gefahrenpotenzial für die Mitarbeitenden ist nicht unbeträchtlich. Darum musste diese Lösung her. Daniel Schäublin, Direktionsbeauftragter für Integriertes Qualitätsmanagement der Strabag Schweiz, erzählt. Ich bin schon zwei, drei Jahre im Business, habe ich Ihnen vorhin erzählt, dass ich im Tunnelbau war. Also nicht nur im Tunnelbau, aber spätestens egal wo, ich habe schon alles erleben dürfen. Ich habe durch das auch eine gewisse Sensibilität, vor allem habe ich auch Respekt bei diesen Produktionsbetrieben. Ich weiss, was das auch ein bisschen bedeutet, dort hinein zu arbeiten. Gerade so Elektriker und Mechaniker sind häufig allein unterwegs. Ich habe jetzt das alles richtig und irgendwie konform ist, sei dahingestellt, aber das ist Tatsache. Ja, das sagt dann ist, dass er sich nicht mehr ein klemmt, kann aber auch ein Kreislaufproblem haben oder irgendetwas, dass er einfach Möglichkeit hat, also es ist Alleinarbeit, das heisst wir müssen ihm irgendeine Möglichkeit bieten, einen Alarm abzusetzen. Eine erste Lösung hat es bereits im Jahr 2018 gegeben. Die Strabag hat die Notfallauere beschafft und verteilt. Das Ding hat nicht funktioniert. Und ganz primitiv und einfach irgendeinmal in den Kiesgrub, zuunterst unten, zuhinterst hinten, hat es einfach keinen Fall. Daniel Schäublin hat das Thema eine Weile lang mit sich herumgetragen, ohne dass eine vernünftige Lösung in Sicht gewesen wäre. Also Ende 2022, also einige Jahre später, sind wir per Zufall mit Live-Decken in das Gespräch gekommen, dass es ein anderes Modell gibt, optisch sieht es ein bisschen aus in den Pager von der Feuerwehr, dass das Kind eventuell eine bessere Abdeckung hat. Der hat gesagt, unser Ding kann alles. Und er hat gesagt, das ist wunderbar, ich glaube dir alles, aber wir ziehen Stiefel an und wir gehen miteinander dort hin, wo ich weiss, dass es nicht gut ist. Und das haben wir gemacht und das haben wir in der ganzen Schweiz gemacht. Also wir sind in Zitron gewesen, wir sind in diesem hohen Tannen, zuhinterst hinten, zuhinterst unten gewesen und in diesem Duliken oder im Belagswerk, wo nur Stahl ist und nur alles rattert und Fehl-Signale alles Mögliche hat. Wir sind überall dort hingegangen und dann hat das Gerät überzogen. Ich konnte überall einen Alarm absetzen. Mit der aktuellen Lösung ist Daniel Schäublin happy. Er sagt aber auch. Das Einten ist, eine Technik zu haben, die funktioniert. Die Technik zu einem vernünftigen Preis können zur Verfügung stellen. Und dann die eigenen Leute so weit bringen, dass sie das erkennen, dass das ein Mehrwert ist. Und diese Hürde, auch wenn sie klein scheint, ist grösser, als man meint. Man bringt es so weit, dass man etwas hat, das zuverlässig funktioniert. Dass man es immer wieder thematisiert. Dass man Tests hat. Ja. Und man ist ja gleich, wenn es nie scharf muss gebraucht werden. Aber es muss funktionieren. Mehr zum Thema Alleinarbeit bei der Strabag Schweiz und zu dem Twig